Ich kann mir schon denken, was jetzt kommt. YouTube wird nicht sehr glücklich drüber sein, aber das ist mir egal. Ein Schlummertrunk für dich. Meld dich, wenn du soweit bist. Dann wartet eine Überraschung, Pibi. Pibi, die Überraschung kann kommen. Hm, sieht das köstlich aus. Natürlich, das Clipboard muss man in der Hand haben, damit man beschäftigt aussieht. Hey, komm zu mir. Oh nein, du gibst hier nicht die Befehle. Wessen Überraschung ist das denn? Tja, das wird sich zeigen. Oh, selbst auf dem Rücken bist du noch anstrengend. Wie sind wir uns begegnet? Sagt dir die Asari-Verschmelzung was? Unsere Körper und Seelen verbinden sich, werden eins. Ich habe nie jemandem genug vertraut. Ich habe mir selbst nicht vertraut. Keine Sorge. Bei mir bist du sicher. Ryder. Das, das ist unglaublich. Es ist so still. Wir sind eins. Das alles sind wir. Ich liebe dich. Was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, wieso du Nein gesagt hast, aber ich bin froh. Ich respektiere das. Mit Bindungen bedeutet es viel mehr. Hier gehöre ich hin. Ach, wie niedlich. Ach, wie putzig. Also sie hat vorher noch nie diese Verschmelzung gemacht. Okay. Ich dachte, das ist vielleicht so ein Ding, was automatisch passiert. Das ist der asarische Orgasmus. Da kommt einfach die Verschmelzung automatisch dazu. Keine Ahnung. Man hat, weiß ich gar nicht, hat man jetzt sogar mehr gesehen als in den alten Mass Effect-Teilen? Da muss ich aufpassen. Bei YouTube vielleicht. Also man hat ja zumindest die Brüste gesehen. Aber das sollte eigentlich noch im Rahmen sein. Zumindest in einem Videospiel. An Sie von mir. Noch einmal. Bitte. Pibi. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Hallo. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Ich suche immer noch all das zu begreifen, was wir in der Reliktstadt herausgefunden haben. Schreibe ich nicht mehr zu haben. Es ist einfach unfassbar, dass die Angaben erschaffen wurden. Welche Auswirkungen hat das? Es führt uns vor Augen, dass es noch so vieles gibt, dass wir nicht wissen. Oh Gott, da klopft jemand. Es lehrt uns dem. Ich mute mal. Tja, ein Glück, dass ich hier bin, um Geheimnisse zu ergründen. Helios wird nämlich von Minute zu Minute interessanter. Wollen Sie noch über irgendwas reden, bevor wir uns wieder an die Arbeit machen? Sehen wir uns später? Das hoffe ich doch. Danke für das Gespräch. Der Moment, wo ich mute, hört man natürlich aufzuklopfen. Darauf können Sie wetten. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Auftrag, wo wir nochmal auf die Nexus sollen. Also, was heißt Auftrag? Drag möchte sich mit uns auf die Nexus treffen. Ähm, die Vortex war ja auf der Nexus, ne? Ich glaube schon. Ähm, mit Avela auf Aya reden und Carrie. Okay, wir haben zwei Sachen auf den Nexus, eine auf Aya. Dann gehen wir als erstes nach Aya. Anomalie auf den Sensoren. Achso, das ist dann wahrscheinlich von der Geißel die Formation, die wir untersuchen sollen. Oh, die ist lila. Ah, schön. Die Sonde zur Datenerfassung ist bereit. Wir können sie jederzeit in Position bringen. Raumanomalie als Folge der Geißel, dunkle Energien, Gravitations- und Strahlungsauswirkung. Messbar zusammenset... äh, messbar. Zusammensetzung Eis, Mineralsplitte, Element Zero und bekannte Materialien. Die von diesem Bereich abgestrahlte Energie ist schwächer als erwartet. Durch Einbringung einer Sonne ins Zentrum der Formationen könnten Daten gesammelt werden. Sonde abgesetzt. So. Dann ist das hier erledigt. Äh. Alter, wie viele neue Gebiete jetzt aufgetaucht sind. Are you fucking kidding me? Warte mal. Ich soll doch nur drei... Oder ist das egal, wo ich die mache? Kann ich mir die Gebiete aussuchen? Weil hier kann ich jetzt hier, hier und da oben. Da auch, da. Wieso sind denn jetzt so viele neue Systeme aufgetaucht? Geht wieder los, Leute. Die Geißel hat in diesen Systemen wirklich deutliche Spuren hinterlassen. Im Raum dahinter wird's eng. Wir sollten vorsichtig sein. Boah. Da hat sie richtig Bock gehabt. Komet Revolver, habe ich das gerade richtig gelesen. Komet Revolver. An garanische Aufzeichnungen zufolge ist dieser Komet mehrfach mit Observationsausrüstung kollidiert und deshalb von seinem Kurs abgekommen. Er folgt nun einer Bahn, die zu einer Zerstörung führen würde. Also wir gucken uns die ganzen Systeme natürlich trotzdem noch an, oder? Vail. Die Quarz- und Aluminiooberfläche von Vail ist durchzogen von ungewöhnlichen Materialien, die unsere Scans nicht identifizieren können. Sie durch die glütheiße, verstrahlte Atmosphäre zu erreichen, ist eine Aufgabe, die eine ganze Generation beschäftigen würde. Was macht mein Nachbar? H088. Unendliche flache Wüsten bedecken die Oberfläche von H088 und der trübe Himmel ist ständig von Blitzen durchzogen. Eine einzige riesige Grube wie ein verlassener Steinbruch, deutet auf Bergbau durch Besucher vor langer Zeit hin. M-m-m. Os-k-u-os-k-u-ja. In den dünnen Ringen, die diese eisige Welt umgeben, gibt es enorme Gold- und Silbervorkommen, die wahrscheinlich durch zahlreiche Meteoriteneinschläge im Laufe mehrerer Tausende, Hunderttausende Jahre entstanden sind. Siktin. Trotz seiner Grüße war dieser Gasriese bei früheren Erkundungen von der Milchstraße aus nichts sichtbar. Ob er einfach übersehen wurde oder die Geißel der Grund dafür ist, muss derzeit Vermutung bleiben. No! Schicke Sonde aus. Sonde unterwegs. Empfange Daten vom Asteroid. Satellit. Diese Satellit der Andromeda-Initiative scheint auf die Untersuchung von Siktin programmiert gewesen zu sein. Aber viele seiner zentralen Bauteile wurden entfernt. Thanks for nothing. Huiton. Huitons Atmosphäre aus Wasserstoff und Stickstoff ist wegen ihrer einzigartigen Witterungsverläufe bemerkenswert. Stürme beginnen und enden hier mit einer fast mechanischen Gleichmäßigkeit. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Dieser Sturm passt nicht zu den üblichen Mustern auf Huiton. Er ist möglicherweise das Resultat eines Kometeneinschlags, der sich innerhalb der letzten zehn Jahre ereignet hat. Stufe 65. 1. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 3. 5. 5. 6. Ach du Scheiße, das ist ja komplett verwirrend hier. Der da auf jeden Fall, der passt 40 A. Finden wir Mibridian denn in den Teilen noch? Ich erinnere mich nicht. Also der Ahron ist ja auch noch unterwegs, den müssen wir eigentlich auch noch fertig machen. Raumschifffrack. Die Insassen dieser Rettungskapsel ist schon seit einiger Zeit tot, aber ihre Daten weisen sie als Exzellent in der Nexus aus. Ihre Leidenschaft für die wissenschaftliche Ziele der Andromeda-Initiative ist nie erloschen. Sie starb auch von der letzten Erkundungsmission. Everoden. Everoden? Everoden? Irgendwie so. Bilder eines unbemannten Flugs über Everoden haben die Angara schon vor Jahrhunderten auf seine Edelsteine vorkommen, in den Bergen aufmerksam gemacht. Der Planet war ein Symbol fremdartiger Schönheit und ist heute fast vergessen. Ein Emerald-Planet. Pass 40a. Der Mond von Pass 40a entstand wahrscheinlich vor mehreren Jahrtausenden durch einen gewaltigen Asteroiden einschlag, der sowohl die Ringe des Planeten als auch Pass 40 hervorbrachte. Schicke Sonde aus. Wir haben einen Kraters. Pass 40a befand sich möglicherweise vor Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden im Kreuzfeuer einer Weltraumschlacht. Pass 29. Der ständige schwefelhaltige Regen auf Pass 29 verdunstet, bevor er auf die Planetenoberfläche trifft, wo aktive Vulkane regelmäßig Lavaströme ausstoßen. Hm. Also bei den meisten Planeten liest man ja durchaus immer dasselbe. Es gibt nur ein paar, die wirklich außergewöhnlich sind oder einzigartig. Pass 32 liegt unserer Berechnung zufolge in sicherer Entfernung von der Geißel, sodass die von dem Planeten ausgemachten Beobachtungen durch die Geißel-Effekte kaum verzerrt werden. Jetzt wahrscheinlich wieder ein Satellit. Satellit entdeckt. Dieses Satellit benutzt anscheinend Technologie der Andromeda-Initiative und ist so ausgerichtet, dass er die Geißel beobachtet. Wie und warum er in den Einsatz kam, ist allerdings völlig ungeklärt. Aber in jedem dieser Gebiete ist jetzt ganz viel Geißel, ne? In diesen neu aufgetauchten Gebieten. Früher gab es hunderte von Büchern und Videos über dieses System. Wir dachten, hier lebt vielleicht jemand. Aliens waren ein faszinierender Traum. Vor dem Kett... Sieht auf jeden Fall sehr schön hier aus. Ich empfange etwas. Schicke Sonde aus. Schiff. Empfange Daten vom Asteroidengürtel. Dieses Forschungsschiff der Kett scheint in dem Asteroidenfeld nach Lehm gesucht zu haben, bevor es zu einem Triebwerksausfall kam. Einige wenige Gesteinproben sind wie durch ein Wunder unversehrt. Nettikur ist zwar trocken und kalt, verfügt aber in unterirdischen Meeren und bei gelegentlichen Regenfällen durchaus überflüssiges Wasser. Die Angare hatten mehrere Kolonien geplant. Keine davon wurde je errichtet. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Biomaterialwachstum. Dieser weitläufige Wald scheint von einer enormen unterirdischen Reservoir versorgt zu werden. Die einzelnen Pflanzen sind miteinander verbunden und verhalten sich fast wie ein einziger Organismus. Irgendwie gruselig. Es sind Enns. Baumbad Baru. Fensayat. Der enorme atmosphärische Druck von Fensayat ist wahrscheinlich gefährlicher als seine geschmolzenen Meere. Der Planet ist nach seinem mythischen angaranischen Kriegsherrn bemannt. Äh, benannt. Benannt. Bemannt. Der steht da immer noch drauf und geht ab. Stodran ist der größte Mond des Gasriesen Irivosna. Angaranische Astronomen glaubten früher, es gäbe dort Wassereis und vielleicht sogar mikrobiologische Lebensformen. Sonde gestartet. Orte die Überreste eines Schiffes. Dieser Cat-Satellit scheint den Asteroidengürtel des Vautessa-Systems zu beobachten. Er führt aus sicherer Entfernung detaillierte Scans durch. Solche Informationen sind halt schon, ja, so, nice to have oder, naja, nicht normal eigentlich. Das sind so, du sitzt halt dran und ist ja so, ja, okay. Oder gibt es ja wirklich Leute, die dann sagen, boah, krass, hier waren die Cat auch. Die haben sich das auch angeguckt, das wollen die hier. Praccioni ist nach einem angaranischen Roman über einen niemals endenden Winter benannt und ist ein vielversprechender Kandidat für den mechanisierten und automatisierten Abbau von Wassereis. So. Geht voran. Zum Teil, zumindest. Sieht aus, als wären wir unterwegs zu einem ziemlich energiereichen Stern. Aktiviere Strahlungs- und Emissionsüberwachung. Unsere Sensoren müssten sicher sein. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Anomalie gefunden. Ja, Element Zero, dachte ich mir schon. Sieht ja immer so aus. Aua, meine Augen. Element Zero bildet sich üblicherweise nach einer Supernova. Dieses Vorkommen scheint natürlich entstanden zu sein, aber die Begleitungsstände passen nicht. Könnte die Geißel halt dabei seine Rolle gespielt haben? Yixiang. Die Kobalt-Oberfläche von Yixiang führt zu Polarlichtern. Polarlicht-ähnlichen Erscheinungen, die den Großteil des Tages übersichtbar sind. Diese elektromagnetischen Effekte können den Funkverkehr stören. Pass 51. Viele Bedingungen auf Pass 51 würden die Entwicklung von Leben, zumindest mikrobiologisches, begünstigen. Aber die extremen Temperaturen sind ein nur schwer zu überwindenes Hindernis. Das sind nur noch 400 Grad. Erhalte-Scan-Daten. Berg. Aus Rissen in diesem Berg entweicht Wasserdampf, was darauf hindeutet, dass tief unter der Erde, wo die Temperaturen weitaus niedriger sind, ein Reservoir existieren könnte. Falls sich auf Pass 51 Leben entwickelt, dann wird es an diesem Ort sein. Pass 60. Die Extremstrahlung in der Sonne von Boisawa hält Teile von Pass 60 kontinuierlich in geschmolzenem Zustand. Von einer Landung ist dringend abzuladen. 1073 Grad. Boah, das sieht cool aus hier. 1073 Grad. Ich glaube, das ist der heißeste Planet, den wir jetzt bisher hatten. Gut, das ist aber auch ein blauer Zwerg. Riese, wie auch immer. Nee, Riese nicht. Dafür ist er zu klein. Blauer Zwerg wahrscheinlich. Typhrondra. Typhrondras Wetter ist für einen Gasriesen ungewöhnlich ruhig. Seine Wolken und Gewitterstürme bewegen sich in langsamen, berechenbaren Mustern, die eine genauere Untersuchung wert sind. Okay. Begeben wir uns nach Aya. Immer dieses Hinstellen von der Flasche. Ich versuche es nur so leise wie möglich zu machen, aber es kommt einfach. Trotzdem oft auch das Mikrofon durch. Ich muss mir angewöhnen, das aufs Mautpad zu stellen. Man meint gar nicht, dass es Aya ist, weil es jedes Mal einfach nach Tod und Zerstörung aussieht, die so planiert. Okay, jetzt muss ich überlegen. Das wird jetzt interessant. Ich glaube, ich werde speichern und laden müssen. Denke ich. Und zwar, um euch zu erklären, was ich meine. Ich habe ja mit ihr auch immer geflirtet. Und da Pibi mich jetzt gerade geholt hat. Und sie mich jetzt auch holt. Und Carrie auch. Gehe ich davon aus, ich kann jetzt auf die Romanze eingehen. Wo ist sie denn? Okay. Aber da ich ja Pibi ausgewählt habe, würde ich ungern, wenn ich schon auf Beziehung mache, das Ganze ausnutzen. Das heißt, ich speichere jetzt. Für das Let's Play zeige ich euch das jetzt, wie die Romanze aussehen würde. Weil, falls ich es überhaupt hinkriege, kann ja sein, dass es nicht funktioniert. Und dann lade ich nochmal. Hübsche Aussicht. Ich stelle mir gerade vor, was meine Vorfahren sagen würden, wenn sie sehen könnten, was wir aufgebaut haben. Wie wir aufgeblüht sind, trotz allem. Und ja, ich weiß, dass das nur ein Spiel ist. Aber trotzdem. Wir könnten in Helios wirklich heimisch werden. Das können sie. Und das werden sie. Ich habe die von ihnen geborgenen Artefakte untersucht. Und dabei etwas Unglaubliches entdeckt. Unsere Geschichte ist deutlich kürzer, als wir bislang dachten. Sie reicht weniger als ein Jahrtausend zurück. Es ist, als wären wir plötzlich entstanden. Als komplett ausgebildete Zivilisation. Wir wissen inzwischen, dass ihr Volk von den Jardan erschaffen wurde. Ja, aber was, wenn sie auch unsere Kultur entwickelt haben? Wenn sie uns Traditionen und Überzeugungen mitgaben, die wir fortgeführt haben? Solange wir unsere Vergangenheit nicht kennen, können wir auch nicht über unsere Zukunft entscheiden. Ihre Entdeckung könnte noch etliche Generationen beeinflussen. Ich glaube nicht, dass ich ohne sie jemals so weit gekommen wäre, Ryder. Sie hören sich an, als wäre unsere gemeinsame Zeit vorüber. Aber das muss nicht so sein. Wie einfach das bei ihnen klingt. Oh, ein Bussi. Tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich will das, Avela. Sie nicht? Natürlich. Ein schicker Forscher von den Sternen. Wie sollte ich mich da nicht verlieben? Aber diese Arbeit verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Und sie, vor ihnen liegt eine gewaltige Aufgabe. Ich werde sie nicht davon ablenken. Ganz egal, wie sehr ich es will. Ich glaube, ich brauche jetzt etwas Ablenkung. Eines Tages, wenn das alles vorbei ist und sie dann noch genauso empfinden, dann kommen sie zu mir. Bis dahin haben wir beide noch viel Arbeit. Noch einen letzten Kuss bringt bestimmt Glück. Okay, also mit ihr kann man, ich sage zumindest mal, nicht weiter körperlich werden. Gut. Spiel. Spielladen. Okay, dann habt ihr das gesehen. Also so würde das mit ihr aussehen. Oder auch, jetzt habe ich den Speicherstand geladen nach dem Gespräch. Äh, manueller Speicherstand hier. So. Ich hoffe, ich weise sie jetzt nicht ab. Das wäre gemein. Wir bespringen. Das ist inspirierend. Und hier. Ich glaube nicht, dass ich ohne sie jemals so weit gekommen wäre, Ryder. Was sie herausfinden, betrifft jetzt uns alle. Ich will ihnen einfach nur helfen. Dann können wir uns glücklich schätzen, dass sie uns gefunden haben. Was haben sie jetzt vor? Weiter nach Antworten suchen. Mein Bestes geben, um unsere Geschichte zu ergründen. Unsere ganze Geschichte. Sie schaffen das. Aber natürlich. Schließlich haben wir sie auf unserer Seite. Okay. Gut. Wir mussten sie jetzt nicht bösartig abweisen. Also kann ich damit leben. Gehen wir gleich auf die Nexus, weil wir in der Nähe sind? Oder? Nee, ich glaube, ich platziere erst die Sonden, weil dann muss ich bestimmt sowieso auf die Nexus. Glaube ich zumindest. Kann natürlich sein, dass es nicht der Fall ist. Okay. Aber wir haben ja sowieso noch ein bisschen System zu erforschen. Jarl hat gesagt, er würde sie gerne sehen. Ja. Darf er. Demnächst. Jetzt gucke ich mal. Ist in einem der Systeme eher da oben. Ähm, okay, okay, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, sind wirklich nur die, wo Ausrüffezeichen dran ist, ne? Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch drei. Was? Sind es, glaube ich, wieder alle, ne? Glaube ich. Gerüchten zufolge gibt es in dieser Region nur gesetzlose. Hier will man nicht stranden. Stranden? Warum erwähnen sie sowas überhaupt? Boah. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Fünf Planeten. Kizrata hat die Geisler in der Atmosphäre von Kizrata massive elektromagnetische Störungen verursacht. Er ist bedringend empfohlen, Abstand von dem Planeten zu halten. Er hat auch schon 730 Grad. Da sind wir auch schon gut dran. Der Planet oder der Mond oder was auch immer das ist, sieht aus, als würde er langsam verdampfen und sterben. Mit dieser Dampfolge, die er hinterherzieht. In Sarans Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenmonoxid wird zunehmend durch die Sonne von Rathol aufgelöst, sodass die öde Oberfläche der Strahlung schutzlos ausgeliefert ist. Fast 1000 Grad. Immer noch nicht so heiß wie der eine Planete, den wir jetzt gesehen haben. Erkundungen aus der Milchstraße ergaben, dass es im Rathol-System zwei Gasriesen gibt. Könnte die Geisler in weniger als sechs Jahrhunderten eine einzige Welt daraus gemacht haben? Oder steckt etwas anderes dahinter? A494 Also war... Geht man jetzt davon aus, dass es jetzt die Verbindung aus den zwei Gasriesen... Okay. Hybaro sieht einfach nach der Erde aus, der Planet. Ups. Hybaro hat sich in bizarrer Weise an die Geisler angepasst. Für etwa ein Drittel der Umluftzeit ermöglichen die Auswirkungen der Geisler, dass Pflanzen gedeihen. Den Rest der Zeit wird Hybaro von der Sonne von Rathol geröstet. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Gibt es nicht viel dazu zu sagen. Eisen eben. Eisen Popeisen. Govux Torheit. Die Geisler und einige ungewöhnliche Orbitalmechaniken sorgen dafür, dass es auf Govux Torheit nachts eiskalt und tagsüber glühend heiß ist. Der verbannte Govux wollte das zu einem Vorteil ausnutzen, hatte aber nur wenig Erfolg. Sonde unterwegs. Erhalte Scan-Daten. Schiff. Dieses Cat-Landungsschiff scheint gerade Govux Torheit zu verlassen zu haben. Als es unter Beschuss gerät. Vielleicht ist Govux noch im Leben und durchaus aktiv. Okay. Und trotzdem suchen wir nicht danach, ja? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon interessant findet. Also diese ganzen Planetenbeschreibungen. Oder ob ihr euch denkt, nee, die sind einfach komplett wurscht. Aber es kann halt in jedem System trotzdem noch irgendwas Interessantes sein, theoretisch. Auch wenn das in Mass Effect Andromeda tatsächlich weniger der Fall ist als in den anderen Teilen. Dieses Shuttle scheint mit letzter Kraft aus einer Schlacht entkommen zu sein. In den Locks zufolge kam die jetzt verstorbene Crew nach Var, um ein Bergbaulager der Verbanden anzugreifen. Das Vorhaben ist offensichtlich gescheitert. Das Schiff hieß Local Boy, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Das ist aber auch wieder ein sehr, sehr schönes System. H171 ist durch große Staubwolken im inneren Solarsystem vor der Hitze von Var's Sonne geschützt. Das Ergebnis ist eine glitzernde Kugel aus gebrochenem Ammoniak und Zinn. Schön. H174 ist von gefrorenem Ethan bedeckt und die Eisplatten wurden nur durch niedrige Berge und flache Krater durchbrochen. Dank der Staubwolken im inneren System gelangt nur wenig Sonnenlicht zu dieser Welt. Schicke Sonde aus. Ich habe etwas gefunden. Raumschiff-Rug. SOS. Der verstorbene Insel dieser Rettungskapsel war ein Verbanter und scheint aus einer Schlacht bei May Shazer im inneren System geflohen zu sein. May, was für ein Shazer. Margot, außergewöhnliche, gefährliche Oberfläche, ist weniger interessant als sein Ringsystem. Der innere Ring besteht hauptsächlich aus Staub und Felsen. Der äußerte Ring aus großen Brocken Wassereis. Oberflächentemperatur. Wir haben einen neuen Sieger. 1200 Grad Celsius. Jetzt geht's aber los, oder? Mit den heißen Planeten. Der hier ist noch näher dran. Glaube ich. Vielleicht geht's dem noch schlimmer. Wie kann das gefrorene Wassereis da draußen sein? Hier wurde vor kurzem ein Bergbau-Lager der Verbanden zerstört. Ein nur bruchstückhaft vorliegender Notruf beschreibt die Angreifer als andere Exilanten. Es gab keine Überlebenden. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Grafit. H173 Riesige Ozeane aus Etan und dünne Schichten Wassereis bedecken die Oberfläche von H173. Eisabbau wäre möglich, aber es gibt dafür mit Sicherheit reichhaltigere Vorkommen auf angenehmeren Welten. Da. Auf nach Rovir. 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 Auf nach Rovir.